Auf Wiedersehen! So Leute! Kommst du? Gut, 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 gut. Guten Morgen, guten Morgen. Jo, jo. Hast du ihn gesehen? Ja. Na, Mannfried, alles gut? Alles gut. Jo, wo sind wir gerade? Ich bin hier gerade bei Rewe. Bei Rewe? Bei NP. Ach so, NP. Ich bin gerade bei NP. Ich bin gerade mit Ritterkasse. Genau, sehr gut. Wir wollen verschiedene Sachen holen. Ja, wir wollen da noch was für Stefan holen, ne? Ja, aber da reicht ja so eine kleine Tüte. Ja, so eine kleine Tüte reicht. Der ist aber ziemlich klein und dürr. Ja. Da reicht auch eine kleine Tüte. Aber ich brauche selber nicht. Nicht viel? Nichts? Okay. Leute, es ist so krass mit der Maske einkaufen. Ich kann ja was für Stefan mitbringen. Man fragt aber, man kriegt echt keine Luft. Sag das mal, ne? Man kriegt auch keine Luft hier drin bei NP. Man kriegt überhaupt keine Luft wegen der Maske. Das meinte ich. Richtig. Ja, dankeschön. Oh mein Gott. Laute Kinder country. Da wird mir mal eine fucking mit. In der country. Was hast du denn da? Innen für Stefan? Für Stefan. Ja, genau. Wir haben hier was gefunden. Und zwar. Muska. Muska. Krass. Das ist ja mit Toilettenpapier hier, Manni. Aber nur noch zwei, drei Packungen. Extra für Lisa Marie. Mit Karton. Was ist das denn? Spaghetti. Bolognese. Extra für Lisa Marie. Bitte. Ja. Ich dachte, du wirst das jetzt wirklich... Oder nee, das kriegt Stefan hier. Feine Früchte, Himbeeren, Apfelbirne. Das hört sich doch gut an. Ui. So, er mag keine Flips, das weiß ich. So, Adnos Flips. Müssen wir mal gucken. Leute, ich mach jetzt die Kamera aus. Wir sehen uns später wieder. Tschüss. Glück auf. Tschüss. So, tschüss. Ab. Ich gehe hier. Ich gehe hier meine Haltestelle. So, keine Sau, du. So, Leute. Jetzt gibt es erstmal lecker Eis. Wir haben es jetzt 28, 20.50 Uhr gleich in zwei Minuten. Und ich kenne mir jetzt nochmal ein Eis hier. Wir waren ja dann noch mit Manni und Stefan bei N.P. Also mit Stefan. So. Ja, nicht. Aber... Da dann. Waren die noch bei Rewe? Ja. Mir ist gerade ein bisschen da gefallen. Auf die Haltestelle. Ja, mein allbekanntes Red Bull Eis. Und ich habe mir dann noch diese Donutskalle. einen leisierten Donutskack geholt. Also Manni. So, jetzt besser. Auf jeden Fall. Ich war dann auch noch zu Hause und bin dann irgendwann eingeschlafen. Mh. Hier ist jetzt mein Eis noch auf. Und dann sage ich euch... Also ich habe eigentlich nur so Kinderkannen wie Sajjong und diese Donuts halt eben gekauft. Und Coke. Das kenne ich mir dann noch. Mh. Und... Morgen ist übrigens das große Finale von Promis unter Palmen. Morgen muss ich auch nur bis 11 Uhr arbeiten. Donnerstag dann wieder. Es ist 12.30 Uhr jetzt. Donnerstag muss ich wieder Essenpartei. Aber naja. Geht ja auch. Mal schauen. Und dann wünsche ich euch... eine schöne gute Nacht, Leute. Das war es nämlich schon mit dem Daily Blog für heute. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Und ich wünsche euch einfach nur gute Nacht. Bleibt gesund. Und... Wie ist das für euch im Moment, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare wegen der Masken-Sache da. Also wenn du im... Bus oder so bist, ey, du kriegst kaum Luft. Also... Das ist einfach nur schrecklich. Oh. Ich habe eigentlich das auch aus der Zeit rausbekommen. Okay, Leute. Wie gesagt. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Daily Blog. Und wie immer bleibt gesund. Tschüss. Gute Nacht. Nein.